er startet tatsächlich wahnsinn ihr dürft ne youtube grüßt youtube tut es siehst du stefan kennt die prozedur der weiß der weiß was ihr abgeht so das ist wieder ein dummerweise kurzer stream aus zwei mit drei gründen erstens stressige woche ich war gestern den ganzen tag nicht da ich war dienst seit den halben tag nicht da kann deswegen nicht so viel außer ein bisschen modellarbeit und paar back fixes die in backtower gemeldet wurden zweitens immer aufräumen denn morgen ist geburtstag feier zum rein feiern wo es dann auch wieder live stream geben wird auf gaming clerks hoffentlich aufgabe ich habe nicht getestet ob wir freigeschaltet sind wenn nicht dann können wir schon an wo es ist und die muss halt noch action news machen und drittens die pokémon direkt ist in 35 minuten und einige leute wollen die sehen damit sie sehen dass wieder dasselbe spiel noch mal erscheint und ich bin ein bisschen gefrustet mit der pokémon rei ich bin ich bin da langsam einfach durch durch damit so das heißt wir werden jetzt erst mal ganz schnell ganz schnell gucken wir uns kurz an was die leute so geschrieben haben weil ich habe das gaming video veröffentlicht hatte tierische angst übrigens davor das video zu veröffentlichen weil ich nicht wusste wie leute darauf reagieren werden ein live video zu machen zwar mit bilder zugeschnitten aber doch ein live video zu machen und das als game design zu bezeichnen irgendwo ich hatte angst dass die leute da vielleicht durchdrehen und sagen oh mein gott wie kannst du sagen diesen namen dafür zu verwenden aber gott sei dank ging ja alles gut so also ich glaube ich kann sogar anzeigen lassen oder wartet ich mach mal kurz das ist freaky das ist zu freaky nein wir machen das anders ich teste es mal kurz also hier haben wir zum beispiel 24 der erste kann ich das anzeigen lassen das ist es glaube ich da wird jetzt auch nicht drauf gerechnet doch das wird drauf gerechnet das ist doof oder ist das mehr geworden ich mach das nochmal ich mach mal kurz den nächsten ja das wird mehr dadurch der Wert unten rechts das ist die können wir eigentlich eh mal ausblenden weil wir wissen wir haben es geschafft so das ist ja das wichtigste wo kann ich das nein das ist die notiz nein das ist der komplett falsch gewesen geh wieder an bitte also wird wahrscheinlich gar nicht angezeigt weil das war es so ok also wo war ich also der und der die beiden auf jeden fall der maurice hat da hat geschrieben danke für dein video auf youtube ich freue mich jedes mal über neuen content weil er sehr unterhaltsam ist und du ziemlich sympathisch bist du siehst du das ist halt gut zu lesen sowas obwohl ich theoretische angst hatte dieses video überhaupt zu veröffentlichen so an der maurice hier gas hat geschrieben jo mach was draus tach christian und chat was haben wir noch hoffentlich hilft ist dir tatsächlich tut es das ist hilft tatsächlich wir haben hier würde mich freuen wenn wieder mehr videos von euch erscheinen vielleicht kann ich euch sogar mit ein paar kostenlosen grafik unterstützen ich mache das war nur als hobby aber vielleicht kann ich bei etwas unwichtigen helfen gerade nicht tatsächlich wie ich ja gemeint hatte wir werden auf jeden fall das so lange durchziehen wie wir es können zu zweit und dann gucken wir mal hier haben ja da will ich hier doch auch mal etwas für einen guten zweck geben zählt das alles ein guter zweck ach egal frisst mein geld wünsche dir weiterhin viel erfolg mit der entwicklung vielen lieben dank das haben wir nur eine e mail warum oder nicht so hier entschuldigt sich einer dass er mit der paysafe card bezahlt das ist er hier jussi das gibt es auch noch bei europäer für subscriben aber denkt dran dass naja das ist der letzte monat eigentlich also eigentlich durch aus dem machen aber danke mein lieb von dir ja nicht aufs reim alle anderen probierer hat hat eine ausnahme bekommen so dass ich habe ich jussi genau so block sorry für paysafe card genau so das ist immer witzig dass die leute sich echt entschuldigen wenn sie mit paysafe card zahlen okay wir haben matthias er seine e mail geschrieben hat das ist er wir haben session bin gespannt was daraus wird vielen lieben dank so asuro hallo meine e mail adresse benutzer name bla bla ich freue mich schon auf das was aus dem spiel noch wird bis jetzt sieht es schon sehr vielversprechend aus vielen lieben dank die wahre kräuter schreibt super cooles projekt ich bin selbst entwickler und weiß wie aufwendig und zeitintensiv es ist so ein projekt zu stemmen mach weiter so oh ja oh ja da hat er was wahres so quern sie der mütter mal weiter so wurde erst durch die game ist ein extra voll darauf aufmerksam finde es echt spannend da einen kleinen einblick zu bekommen ja so weiter geht's der christo hat geschrieben hi hanyo hi christian ich habe mir das game ist ein video von christian angeschaut und ich dachte mir sofort dieses game muss ich unterstützen hoffentlich hört man bei wieder was vom spiel und von euch deswegen gibt es die wöchentlichen streams damit auf jeden fall alle in kontakt bleiben tamian hat nur seine e-mail adresse angegeben luma hat gesagt viel erfolg der death death so one hat nur sein e-mail adresse angegeben ich glaube es ist death soul das einzelne l sein okay er hat seine e-mail adresse angegeben denis oder dennis wahrscheinlich eher aber es auseinander geschrieben hat geschrieben sorry pay safe card ist okay wie gesagt ihr müsst euch nicht entschuldigen wenn es anders nicht geht ist total okay ich bin dankbar über alles so laser lord hallo sam ich hoffe dass ich mit blogger genau so viel spaß haben kann wie mit euren gaming videos bitte erwähne mich mit laser lord sorry laser lord im moment er hat sich doch laser lord genannt natürlich habe ich mit laser lord wie denn sonst wir haben roi xx wie versprochen die spende weiter so e mail wird nachgereicht ich glaube er hat es sogar getan ich hoffe er hat es getan ich hatte jetzt alle noch mal nachgetragen die da waren hendrik hat seine e-mail adresse angegeben mal vielen lieben dank ebenso fischi hätten jetzt ihr name und ebenso las okay damit haben wir es geschafft mein gott das war ein run so ich hoffe ihr seid alle noch da das waren die spenden die reingekommen sind ich sehe übrigens ja danke ja 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 jetzt ist hier überlagernd danke ich wollte ich einfach durchgehen aber ihr habt das ja trotzdem da gelesen also alles okay alles gut wir sind schön wie lange braucht und die hier anzuzeigen naja ja ich komme aus goldketten davon oder nein eigentlich eher investiert das für software die ich noch brauche für bloggerd aus dem ersatz store kann ich auch gleich mal zeigen ich würde aber erst mal anfangen mit rolle animation hanyu hat rolle animation gemacht das heißt wir gehen auf ihren twitter ging hier immer schnell rauf da so wird die bloggerd aussehen wenn sie sich die gegend rollt es gibt bisher noch keine links rolle animation es gibt nur bisher die anfangssprung animation für rechts und links aber das kommt alles noch bis heute wir werden hoffentlich morgen die grafiken dann fertig haben und wenn alles gut geht und ich sonntag nicht tot bin werde ich das sonntag noch einbauen dass auf jeden fall eure alpha vision am sonntag diese neuen animation hat das ist ein großes ziel von mir also sonntag soll auf jeden fall die emotion drin sein das wäre so das wichtigste was ich eigentlich da gerade reinpacken will weil ja wegen geburtstag ist seit dieser woche ein bisschen komplizierter gewesen ich hoffe dann halt das nächste woche wieder ein bisschen ruhiger wird und dann machen wir auch wieder viel progress denn wir haben eine neue welt anzufangen ich bin persönlich ein bisschen angenervt von der küchenwelt es ging ja so weit dass ich mal kurz gucken dass ich nicht so laut ist ich habe nämlich keine kopfhörer auf und das kann ja alles mögliche kommt schon laut sprecher du packst das laut sprecher ja danke das ist okay es ist nicht wirklich laut okay ihr hört ein wenig das ja das ist okay ja zwölf war das letzte was ich gemacht hatte ich glaube das hatte ich auch noch nicht in live stream damals gezeigt das ist einfach nur ein level wo ich bisschen mit licht herum gespielt habe und guckt habe das läuft leider performance technisch so geil auf den android geräten muss halt gucken was ich da noch machen kann was ich ja was ich was ich machen muss damit das auf jeden fall technisch besser läuft denn wir haben hier was war das 139 draw calls und das ist bisschen krass das ist nämlich wartet hier haben wir 24 draw calls draw calls bedeutet immer so ganz blöd gesprochen draw call ist immer wenn die grafikkarte neu anfangen muss irgendetwas anzufangen also sowas wie wenn ja halt stell dir vor wir haben diese flasche hier so werden jetzt hier zwei materialien das erste material ist dieses transparente hier das erste ist das transparente hier und das zweite ist das grüne hier zwei materialien meistens in den meisten fällen ist das halt so wenn wir jetzt also diese flasche copy und pasten in der welt machen jetzt da irgendwie 500 flaschen von die halt nebeneinander stehen dann würde das zumindest wenn die polygon anzahl nicht zu hoch ist unity nehmen und alles in ein objekt rein speichern sozusagen das ist also sagen nicht 500 kleine einzelne flaschen sind sondern 500 ganze flaschen das bedeutet es werden nur zwei draw calls genutzt 500 mal wird eben der obere teil der flasche gemacht 500 mal wird der untere teil der flasche gemacht ich hoffe das kann man so einfach verstehen anders wäre hätten wir jetzt diese flasche und dieser untere bereich wer rot grün blau mit texturen stein holz sonst jetzt die untere teil wäre immer anders der obere teil wäre immer gleich wir hätten wir ein draw call für alle oberen teile weil alles selber material verwendet und 500 verschiedene draw holz weil es immer ein anderes material hier unten ist das ist das problem draw calls sind deswegen hatten fresser weil sozusagen wenn man so wieder irgendwas wieder von null angefangen werden muss es kommt darauf an was das also was wirklich der draw call wirklich macht also das ist ein shader der wirklich extrem viel zeit frisst sowas wie früher war es zum beispiel bump mapping bump mapping war ja früher das wirklich schwieriger heute sind wir schon ein bisschen weiter an sachen was performance frisst und das problem ist was wir halt hier bei dem merry-go-round level haben sagen wir hier die ansicht und zwar draw calls kommen halt nicht nur wenn halt sozusagen ein objekt gerendert wird sondern jede lichtquelle die es in dieser welt gibt ist auch gleichzeitig noch ein zusätzlicher draw call pro objekt bedeutet wenn ihr diese flasche habt das ist ein draw call zwei draw call und jetzt macht ihr eine weitere lichtquelle dahin sozusagen einen scheinwerfer sonst ist dann sind das noch mal zwei draw calls mehr und dann werft diese flasche auch noch einen schatten jeweils für den oberen und für den unteren teil das sind noch mal zwei draw calls also sozusagen ich habe zwei lichtquellen ein schatten und trotzdem habe ich deswegen schon sechs draw calls wo es nur ein einziges objekt ist das frisst performance draw calls ist deswegen halt eine sache auf die man stark achten muss deswegen zum beispiel bin ja mario kart 8 habe mario kart 8 wird es 100 prozent so gelöst haben dass alles was im hintergrund sieht war es verschiedene texturen also kram findet wird mit viel trickserei ist das alles wahrscheinlich nur so sagen wir mal zwei bis drei draw calls ist wahrscheinlich und deswegen kann das mit 60 bilder pro sekunde laufen weil sozusagen der grafikprozessor nicht zu viel von vorne anfangen muss so und das ist das problem an diesem level wir haben ja halt jetzt gerade 139 draw calls und deswegen gehen halt vor allem mobile geräte absolut in die knie weil diese geräte sind nicht darauf aufgelegt ausgelegt viele draw calls ertragen zu müssen dass man muss also minimal halten wie möglich mal gucken was man hier machen kann so wie ich weiß direction zum beispiel aussehen dass ich es anmachen würde sehen wir als okay hier hatte es die draw call sache nicht hoch wahrscheinlich weil er eh ein licht verwendet aber dieses licht ist ja das böse licht und da sehen wir halt dass dieses licht allein macht fast ne macht mehr als 100 draw calls nur dieses eine licht das ist doof das ist ziemlich doof das heißt ich muss mich vielleicht sogar von dieser idee verabschieden weil es einfach aber ich kann die schatten ausmachen und dann sparen wir nicht viel weil diese wände hier werfen keinen schatten das ist deaktiviert wenn man es kaum sieht die mäuse werfen auf jeden fall einen schatten und die katzen werfen einen schatten die katzen werden alle gebächt das heißt die sind alle zusammengefügt dass es wahrscheinlich nur ein draw call ist weil es dasselbe ist letztendlich und ich weiß nicht ob die mäuse gebächt werden weil sie animiert sind wir unsicher aber deswegen bringen sozusagen schatten jetzt auch nicht die erhoffte geschwindigkeit das heißt aus irgendwelchen gründen frisst spotlight richtig viel performance und ganz ehrlich ich weiß nicht mal wirklich warum ich weiß nicht warum das spot was sozusagen echt 100 draw calls hier verursacht aber es wird wahrscheinlich raus müssen wir können wahrscheinlich den spot area erhören sie mal auf wie die draw call ist also dieser wert hier hat immer den wert müsst ihr im auge behalten ich glaube ihr habt ihr ja genau doch doch ich habe 1080p ich habe sogar 60 bilder gerade an naja dann läuft halt dieser mal mit 60 bilder also ihr solltet es eigentlich erkennen können diesen wert und ja bei einer pc version wenn die draw calls also 100 sind normal 1000 sind auch noch okay heutzutage beim pc würde sagen so ab 3000 draw calls ob man echt aufpassen aber mobile ist halt ziemlich ja deswegen haben xbox 360 spieler und sowas nicht viele lichtquellen weil lichtquellen halt diese draw calls verursachen da muss man halt echt stark aufpassen weil kann man eigentlich gehen also 149 das maximale und ja ich muss gucken was man da machen kann das muss auf jeden fall weg irgendwie okay so viel dazu ach ja und weil es sich viele gewünscht haben war ein backtower und auch ein schädler ich das häufigerin die level werden jetzt angezeigt die namen der level werden immer angeblendet anfang eines levels und wenn man das spiel pausiert wird der name auch noch mal eingeblendet ganz simples ding eigentlich wir haben hier oben eben dieses objekt was den namen beinhaltet von jeweiligen level das wird je nachdem immer raus eingefahren mehr ist es nicht effektiv funktioniert und macht genau das was ich da erreichen wollte ich glaube es wird sogar das ändert sich wahrscheinlich genau bereits wenn eng ausgewählt wird weil logisch ich muss es ja immer vorbereitet haben und dann startet es darunter hier ist es mit einer fixen zeit ist natürlich auch schon solche fälle ist eine witzige sache übrigens okay stell folgendes vor programmieren dieses teil kommt von oben nach unten sobald ein level startet und geht dann wieder nach oben der logische gedanke wäre normalerweise okay du baust halt ein ding komm nach unten und nach drei sekunden fahr wieder nach oben das wäre jetzt so der programmcode der logische schrittfolge sozusagen drei sekunden warten und geh wieder nach oben ja aber diesen einen ganz tollen spezialfall was ist denn wenn ich das level starte das hier fährt nach unten und drückt pause weil normalerweise in der pause wird das teil nach unten gehen aber wenn ich jetzt eine funktion schreibe die drei sekunden wartet und das wieder nach oben schickt würde das teil ja eigentlich weil die funktion ausgeführt wird wieder nach oben gehen das heißt man muss beim programmieren immer stark aufpassen dass wenn man sowas macht was wieder eine timing sache übrigens letztendlich wenn hier eine funktion sagt du musst jetzt so und so lange warten dass dann sozusagen dieser fall auch immer noch eintreten kann das heißt dieses teil muss draußen bleiben es darf nicht nach oben gehen und das ist eine sache die man schnell vergisst und auch sehr viele probleme befürworten kann wenn es eben bei nicht einfach nur text ist der erscheint aber das ist halt so ein typischer billiger bug der sehr schnell im videospielen irgendwie rangeht so beim minispiel haben wir noch nicht viel geändert das muss dann noch gleich sein das ist glaube ich auch nicht so wenig gedroht holz glaube ich da haben wir aus geht wir haben hier 31 droht holz hier sind eigentlich eher die polygone das wird die fressende wir haben wenn ich hier fast immer knapp unter 20.000 da muss ich wahrscheinlich auch noch mal einiges optimieren damit das besser wird so was hat in der chat zu geschrieben blogg hd brotters lichten auf jeden fall ja pc version wird ja allgemein sehr stark optisch bearbeitet damit das alles schöner ist levelnummer wäre auch nicht schlecht ja kann man eigentlich machen wäre es nicht so der aufwand ich mag diese bobbigen dinge das stimmt was ist mit tippie und den spendenbelohnungen ja wie gesagt ich ich werde jetzt versuchen das rauszuschicken ich werde es selbst in die hand nehmen und ich werde es einfach rausschicken und hoffen dass es dann okay ist tippie ist sozusagen eine baustelle die ich jetzt hoffentlich nächste woche in angriff nehmen und in tippie wird theoretisch ausgemistet dass ihm diese belohnungen nicht mehr existieren in der zukunft damit wir die alten abarbeiten können weil wir haben keine zeit wir haben in letzter zeit so viel zu tun mit der firma mit paumedia sozusagen dass wir zunächst anders mehr kommen wir quälen uns gerade durch dass wir auch noch nebenbei videos produzieren und das wird halt zu viel und ich möchte blogg hat machen ganz ehrlich ich habe keinen bock irgendwo sachen zu machen die mir zeit wegfressen aber irgendwie für mich nicht viel bringen denn ich möchte diese spiele entwickeln das ist für mich das wichtige das heißt die tippie sachen werden jetzt abgearbeitet und dann wird es auch erstmal keine tippie belohnung in der form geben sondern nur den podcast erst mal eine weile und dann fangen wir damit wieder an anders geht es halt aktuell nicht wir sind nur zwei leute letztendlich das ist halt sonst einfach viel zu viel gut dann war es auch abgehakt und nein keine angst ich vergesse es nicht jeden ich gehe auf tippie stream um die spenden hier einzusammeln und natürlich kann ich so tippie nicht vergessen weil der name damit instant wieder in mein kopf gerät so kommen wir zu den modellen wir haben als nächste thematik western würde ich mal kurz eine soundfrage aus bedeutet ich habe mir überlegt was gibt es so für modelle die man halt machen könnte die man in western gebrauchen kann und ich bin kein modellierer um das immer festzuhalten ich kann keine 3d modelle machen ich bin simpel und einfach aber ich finde für das spiel passt das irgendwo ist es irgendwo ich weiß nicht ich finde vom look her finde es okay dass es halt alles sehr simpel gehalten ist das heißt ich habe auf jeden fall gleise einfach nur weil mir ist eingefallen gleise muss es eigentlich geben weil gleise sind großartig die gleise haben auch so einen netten bevel effect oder bevel bevel ich glaube bevel ist es oder das heißt hier sind halt die kanten abgeglättet weil dadurch wird es einfach schön als wenn es einfach nur einfache kästen sind sind das ding hat einfach zwei materialien seit dort holz haben wir gelernt und die unteren polygone sind rausgelöscht wegen performance aber mein gott die hätten den braten eigentlich auch nicht fett gemacht wir haben ebenfalls ein fass ja das ist ein fass wie man sich das vorstellt konzentrieren benutzt natürlich auch wieder zwei draw coils können wir mit der textur natürlich lösen aber ja in dem fall war es nicht nötig die frage ist eigentlich sozusagen mache ich das wirklich smooth oder lasse ich die polygone anzeigen warte mal das können wir wo war das ist eigentlich bei tools oder nicht ja wir können es flatten weil ich glaube der look wird für ein fass besser aussehen ja lassen wir das mal an wir haben ein kaktus aber nicht nur ein kaktus aber wir haben auch kaktus mit stacheln yay wir brauchen kakt den ähm der kaktus hat ebenfalls ein lod objekt das ist sozusagen ja eine low poly version wenn man so will das ist ja dann für die qualitätsstufe die man einstellen kann low poly kommt übrigens daher zustande weil das sozusagen dieses modell genommen wird und mit einem subdivision effekt belegt ist den haben wir hier müsste sein da das heißt es ist eigentlich die ganze zeit schon mal schon dieses modell das ich vorher gebastelt habe aber mit einem subdivision sozusagen wird das abgerundet mit einem einfachen polygone hingezaubert wenn man so will dadurch kann man diesen runden look mit steuerung kann ich dann auch die stacheln mit einblenden so das ist der kaktus wir haben ein rad also war jetzt interessant zu machen sozusagen weil es ja alles erst mal gleich sein muss die bretter hier müssen da rauskommen und es muss rund sein und das ist dann das war ein witziger prozess eigentlich gerne aufgezeichnet weil es glaube ich auch viele einen einblick gegeben hätte wie das alles funktioniert aber ja es ist was mit der spendensumme passiert die habe ich erstmal ausgeblendet weil ich da ja eben gerade alle eingeblendet habe das bringt ja nichts der hat das automatisch darauf gerechnet das ist doof wir haben einen zaun das sind wir sagen jetzt verschiedene zäune wir haben den zaun und wir haben den zaun die werden verbunden mit dem zaun fall das heißt man nimmt mal ein fall platziert ihn halt immer ein stück weiter und kann dann wenn man halt möchte da diese zwischenteile rein knallen und wir haben noch einen zaun elodie das heißt alle die eine stufe drin haben haben einfach nur block als zaun objekt also anstatt diese zwischendinger haben wir einfach nur das hier weil es spart polygone und vor allem da der zaun ja wahrscheinlich mehrere objekte haben wird spart man schon einiges an polygonen so ja das waren bisher die modelle die ich habe für western ich werde die steine aus der truppen welt wieder verwenden wir können mal gucken was passiert wenn man die in unity rein lädt das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert gehen wir in assets rein models machen hier wild west nennen das einfach wild west exportieren spaß in unity rein öffnen dafür mal eine neue szene und wir erstellen uns erstmal ein boden nur mal 10 dann wissen was ich mache eine plane ich mache eine plane weil dann kann man später noch rein zeichnen da haben wir eine plane die hat bitte 20 20 und auch 20 20 unterteilungen ok na ja unsere plane schauen wir mal wie die modelle in game aussehen models wild west fast nehmen wir mal packen wir erstmal alles rein so so sieht der spaß aus wenn wir es in unity platziert haben wir machen es mal gerade zum testen auf jeden fall auch kleiner damit wir hier ein bisschen mehr spielraum haben wobei eigentlich gar nicht weil die schatten effekte dadurch beschissen werden deswegen machen wir es wieder so machen das hier auf jeden fall ein bisschen größer schieben das und schauen wir es mal an so das fassen wir mal hier hin der kaktus der kaktus led machen wir hier hin das das ist das ist das ist das ist das ist das gleis 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 das muss ein bisschen nach oben wie man es sieht das gleis müsste man dadurch auch eigentlich teilen können das ist halt dann das man sich halt so aneinander steckt und da habe ich dann sozusagen ein längeres objekt erstellt ebenso mit den zaun bedeutet wenn ich jetzt den zaun voll habe ich nehme mal allgemein ich nehme mal zaun und zaunfall und zaun 1 packen wir den jetzt hier zum beispiel jetzt an der schiene entlang und können dann hier wunderbar ein zaun entlang der schiene machen und da wir ja zwei verschiedene haben können wir die auch immer schon abwechseln damit es eben nicht langweilig aussieht das ist immer das wovor ich halt angst habe dass es dann langweilig aussehen könnte so und dann können wir die nämlich immer abwechselnd platzieren ich brauche nur noch einen weiteren nehmen wir nochmal den so und natürlich trick 17 ist natürlich immer spiegeln also wir machen einmal rumdrehen und schon sieht das aus wenn es ein drittes verschiedenes objekt wäre na was geht da durch weil das nicht ganz null ist egal so so müssen wir das halt vorstellen zum beispiel können wir jetzt auch noch hier so und dann kann man hier so einen durchgang machen all so ein spaß das ist auf jeden fall sozusagen die idee dahinter dass man halt diese soundteile halt schön einzeln macht damit das da durchgeht die kann man ups das war nicht was ich wollte die können wir mal löschen und wir haben dieses rad das nehmen wir drehen das das ist local bewegen ist auch okay wir machen mal so und lehnen das einfach mal so gegen den zaun so und das fasst daneben jetzt nehmen wir unseren kaktus und den kaktus lod knallen wir weg machen den einfach ein paar mal hier das ist gerade nur so ein kleines quick hinweis wie man halt sozusagen level design in unity machen würde oder halt eigentlich eher die optik sozusagen beeinflusst in ein unity objekt und wir haben ja noch bei tropical die stones die knallen wir ja auch noch rein denn die passen einfach sehr gut zu der thematik das können wir jetzt raus löschen das auch die stones rein so drehen wir ein bisschen das ist auch nicht so das wichtige drehen immer alle objekte drehen damit das alles nicht so gleich und langweilig aussieht erst mal platzieren und danach drehen weil es eben zwei arbeitsschritte sind das ist dann einfacher ups nicht so drehen 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 also müssen wir hier das alles markieren tropical uv editor und scale machen weil ich glaube es muss kleiner werden 0.3 ja da wird das größer 1 1 1 1 1 wie soll ich das alles dele selektiert das ist nicht der plan 0.1 hm aber das teilt geht das so einfach nicht bach shit ok dann müssen wir was anderes machen dann machen wir wieder 1 1 und noch kurz die das machen automatische licht berechnen ausmachen weil das frisst meine performance so mit dem fall habe ich ehrlich gesagt auch nie gearbeitet ich weiß gar nicht ob man kann das neu machen group selected faces ja genau so löste das problem texture group könnte das jetzt größer machen ohne dass er ausflippt ja ich glaube jetzt macht er das also ich glaube ich muss es doch größer machen oder das ist klar geworden dadurch auch okay lassen wir es einfach so wir brauchen einfach nur diese textur damit ich dann bei vertex colors ganz kurz hier reingeht texturen und dann nehme ich einfach diese textur also das ist glaube ich die eh schon gerade anders oder naja die steintextur und kann dann hier halt bisschen steine rein zeichnen ich nennen bisschen western optik meine sie gerade die falschen texturen das ist halt aus dem tropical ding ich müsste jetzt neues material dafür eigentlich mal anlegen aber einfach nur um mal kurz hier zu testen wieder seit aussehen könnte wir machen natürlich die lichtverhältnisse noch anders das heißt wir die reflection source ambient source sky aktuell wir machen mal color rein nein 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 wir machen noch besser wir machen gradient rein der sky haben wir halt so einen schönen da war schon ein bisschen blau so ein helles blau haben aber wir wollen so ein bisschen ein bisschen warmen look reinbringen das sieht man glaube ich ganz gut beim kaktus wenn ihr da hinguckt das ist sozusagen die mittleren schatten die halt von der seite rein strahlen wenn wir hier so ein bisschen gelb machen dann haben wir so ein bisschen mehr cartoony bisschen mehr plastik aus aber vor allem hat es hat diese gewisse wärme die ich hier drin haben möchte und ground das ändert gar nicht so viel was kommt das von unten genau ground ist halt die von unten beleuchtung und in dem fall auch eben mehr cartoony style reinbringen rot bringt nichts nein so orange ist eigentlich ganz gut so dadurch haben wir auf jeden fall das jetzt werden wir natürlich noch damit das alles gut zusammenpasst und wir haben noch vier minuten aber ich hoffe ihr habt dann einen kleinen einweg gehabt wie man sowas macht reflection probe hier rein knallen die skalieren wir noch ganz schnell so so schon nach oben können alle mit rein so alles farblich zusammenfasst jetzt kann man auch hier späße wie das der metall sein natürlich jays max hat 5 euren topf geworfen vielen lieben dank ich hoffe ihr habt keine ahnung übersehen wir machen was smoothness ganz hoch damit das schön glitzert bisschen metallischer und wood braucht nicht smooth sein weil es wood ist wood ist nicht smooth und kaktus muss man gucken ob man das smoothness haben will aber ich glaube nein ohne ist auch besser die steine sind eh so und dann würden wir sozusagen weil es ja eine ganze szene ist kann man sagen save scene dann bildet er das achso test scene west so dann würde er hier noch schnell die lightmap machen aber immer noch eine stunde weil ich das an sich kurz halten will weil es oft auch nicht so viel gibt das heißt jetzt ist es hier gerade nur um die modelle einfach mal zu zeigen und zu testen oder wie man sowas macht und wir sehen übrigens auch wieder wie reflection probe einfach die magie macht einfach dieses dieses anleuchten halt von unten und sowas das ist halt hier ist dieses die den sandfarbe und sowas bekommt das ist halt genau das erreichen wollte so jetzt macht der reflection probe noch fertig importiert in spaß und das geil ist übrigens wenn man lightmap und sowas verwendet oder wenn man ein spiel hat wo das funktioniert dann ist es letztendlich so dass in unity die spiele nicht nach unity aussehen und das ist eigentlich für mich eine echt wichtige sache weil diese zähne hier gerade sozusagen sie allein durch die das lightmap und so einfach nicht mehr unity artig aus da braucht es gar nicht extrem lange um die light reflection probe machen wahrscheinlich ist die auflösung so hoch und das wäre sozusagen die zähne halt wenn man sie gemacht hätte das ist natürlich den himmel ein noch ändern aber ich glaube da kann ich maximal skybox entfernen ja aber auch nicht hier die ist nämlich hier drin default skybox kann man es mehr ausmachen plopp haben wir das wundervolle unity grau was sind wir mehr ich denke auch noch diesen sky drin naja ok ähm ja so sieht es auf jeden fall aus das ist die ganze magie dahinter mit den modellen ähm sehen halt immer im blender auf jeden fall sehr viel beschissener aus als sie in-game aussehen das heißt wie man hier sieht so sieht halt das fass im blender aus oder so sah der kaktus im blender aus und es sieht halt in-game halt irgendwie hat das durch die beleuchtung und sowas einen eigenen look den ich eigentlich ganz gerne mag ok ähm ja das war's ähm vielen lieben dank fürs zusehen das war einfach mal eine kleine sache eher in Sachen modellen und äh Szenen machen und so einen spaß ihr guckt jetzt euer pokemon direct ich werde jetzt weiter aufräumen und wir sehen uns morgen zu den gaming clerks livestream auf jeden fall wieder ansonsten die aufnahme geht sonntag online und dann nächsten freitag sehen wir uns mit blobcat wieder danke fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss Vielen Dank.